Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück beim SAW Clan. Ich bin's wieder, euer Soran und als erstes wünsche ich euch an der Stelle ein frohes neues Jahr, das erste Video im neuen Jahr. Und was ich für euch heute rausgekramt habe, ist ein wirklich alter Klassiker. Wir werden heute mal eine Runde morgen und zwar das Remake Version 1.0 spielen. Wer von früher nicht kennt, der hat auf jeden Fall was verpasst. Definitiv gab es damals vom Johnny Walker als kleines Extra an den Schnapsfläschchen mit ranne. Hat sich dann aber als sehr populäres Spiel herausgestellt und ja, eigentlich haben es alle gesuchtet. Nicht lang fackeln, wollen wir mal ran an den Speck. Im Prinzip geht es eigentlich nur darum, oh, hier vorne gleich, die Moorhühne abzuknallen. Mehr müssen wir nicht machen. Und am besten Fall so viele Punkte wie möglich. Aufs Schild zum Beispiel, wenn wir gar nicht schießen, dann würden wir gleich instant Minuspunkte kriegen. Deswegen ein bisschen Vorsicht an den Tag legen. Oh, nochmal nachladen. Also ich weiß, mein Vater, der hat früher stundenlang gezockt. Die Maus ist auch nicht so wirklich geil von der Einstellung im Spiel, aber ich glaube nicht, dass wir hier was vornehmen können. Ja, was man auch nicht darf, das Flugzeug abballern. Na komm, ey, sag mal. Hier, komm. Also, nachladen. Den treffe ich jetzt überhaupt nicht, den Leuch hier. Sag mal. Jetzt ist aber der Wurm hier drinnen, ne? Also, die Bühle haben wir auch erledigt. Ich weiß gar nicht, wie man das früher so extrem suchen konnte. Ehrlich nicht, Leute. Ja gut, ich würde sagen, das war's dann auch schon mit unserer ersten Runde. 415 Punkte. Tragen wir nochmal irgendeine Warte hier ein. Scheißegal. Hauen wir noch eine zweite Runde hinterher, würde ich sagen, ne? Hm. Keiner zu sehen. Auch da. Ungroß her vorne. Zack. Ah, war das auch schon? Ich glaube, fürs Nachladen zieht da einen sogar Punkte ab. Ne, hier nicht. Aber im Original war es so. Man konnte mehr Punkte machen, wenn man auf jeden Fall zielsicher war. Aber das ist ja auch noch ein Remake hier. Zwar, der war doch schon beim ersten Mal drauf hier. Zack. Komm, du auch. Nee, dich dürfen wir nicht abknallen. Komm, dich nehmen wir auch noch mit. Zabar. Was ist das denn hier heute? Da läuft die Uhr auch schon ab. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Den nehmen wir auf jeden Fall noch mit in den Tod. Und dich auch. Komm, dich auch noch hier. Nein, den haben wir nicht mehr hingekriegt. Ich glaube, es lohnt sich gar nicht großartig, eine dritte Runde zu spielen. Wir werden einfach an der Stelle es darauf beruhen lassen. Ist auf jeden Fall ein Spiel. Wer es nicht kennt, der sollte es sich mal installieren. Allein schon, weil es ein absoluter Klassiker ist. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Könnt ihr gerne einen Kommi und einen Daumen nach oben da lassen. Oder macht einfach mal einen Spielvorschlag, was wir als nächstes anspielen könnten. An der Stelle wünsche ich noch einen schönen Tag und sage auf Wiedersehen.